Die Zerstörung Im Spiel und zwar möchte World of Warships bzw. Wargaming in einem geschlossenen Test neue Mechaniken und Verbrauchsmaterialien ausprobieren und darüber will ich heute in diesem Video mit euch mal kurz reden, meine Gedanken zu dieser ganzen Geschichte so ein bisschen darlegen. Also erste Sache ist ein Fuel Smoke Consumable, also ein Verbrauchsmaterial, welches ihr dann halt durch Klick aktivieren könnt und dann wird Sprit quasi in euren Schornstein eingespritzt, so wird es sozusagen erklärt. Und daraus entsteht ein Nebel, eine Nebelschwale, die um euer Schiff herum euch verdeckt am Ende und ihr könnt dabei mit voller Geschwindigkeit weiterfahren. Dieses Verbrauchsmaterial soll kürzer dauern als der normale Nebelwerfer und ja, was könnte das bewirken? Finde ich sowas gut? Weiß ich nicht genau. Also es ist am Ende ein Verbrauchsmaterial, was jetzt entsteht, weil der CV wahrscheinlich die Ideen zu doll gefokust hat, die die Ideen verständlicherweise darüber auch ein bisschen erbost sind und sagen, ja, also wir müssen irgendwas bekommen, damit wir uns gegen einen CV vernünftig wehren können. Und das soll wahrscheinlich, das ist so meine Idee oder meine Überlegung dahinter, so ein Fuel Smoke Consumable sein. Aber jetzt stellt euch mal vor, das ist jetzt auf einem französischen DD, der da eventuell kommen könnte, installiert. Der fährt schon 55 Knoten und kann sich dann nochmal smoken über 30 Sekunden lang, meinetwegen. Ja, es sind jetzt Fährte, die sind rein fiktiv, keine Ahnung davon, aber ja, ich setze mich ja einfach damit auseinander und mache mir mal so Gedanken, was das bedeuten könnte. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass ich jetzt von einem DD ausgehe und das ist eigentlich für einen Kreuzer gemeint, was auch immer sich Wargaming dann davon verspricht. Aber auf jeden Fall, ja, es würde, das Einzige, was für mich Sinn macht, ist, es würde Sinn machen, damit dem DD zu helfen, sich einem Flugzeugträgerzugriff direkt zu entziehen, weil ihr ja das Ziel nicht mehr anvisieren könnt. Und damit wird die Streuung, ihr könnt ja immer noch in die Richtung schießen, auch als Flugzeugträger mit den Schlachtflugzeugen und so weiter. Und damit wird aber die Streuung in die Richtung deutlich größer. Ne, das muss man ganz klar sagen, als Flugzeugträger ja nicht, weil wir sehen ja Flugzeuge, also Schiffe nicht so an, wie das Schiffe tun müssen und so weiter. Aber es ist, ja, der erste Gedanke bei dieser ganzen Geschichte. Dann soll als zweites ein Nearshore Concealment kommen, also nicht kommen, es soll getestet werden, ich muss mich da immer wieder korrigieren, aber er bedeutet nichts anderes als zu Deutsch küstennahe Verborgenheit sozusagen. Also, es wird hier von Wargaming so beschrieben, dass wenn ein Schiff langsam fährt oder sich gar nicht mehr bewegt, wird die Erkennbarkeitsreichweite des Schiffes oder die Verborgenheit des Schiffes erhöht. Könnte ich soweit noch nachvollziehen, wenn ich mir sage, okay, das Schiff steht oder die Rauchfahne aus dem Schornstein ist nicht so hoch, damit ist man in der Realität ja auch ein bisschen weniger sichtbar gewesen. Aber bei Realität und World of Warships, da muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein, so realistisch ist World of Warships nicht, das wisst ihr selber. Das ist nun mal ein Spiel und da müssen halt auch Game-Mechaniken und so eine Sachen funktionieren und ja, deswegen ist das so eine Sache. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass ich mit so einem DD fahre und ja, möglicherweise entdeckt werde, an einem vorbeifahrenden Schiff oder Gefahr laufe, an einem vorbeifahren, an einem Schiff, von einem Schiff entdeckt zu werden, was nicht nur tangiert in der Erkennbarkeit. Und dann bleibe ich lieber stehen und dann minimiert sich mein Erkennbarkeitsbereich um vielleicht 50 Prozent oder so eine Sachen. Ähm, ja, gut, ähm, vielleicht ist es realistisch oder vielleicht kann man das sogar, äh, kann man das vielleicht sogar auch als Anti-Flugzeugträger-Waffe benutzen, ne? Wenn man mitbekommt, ey, die Flugzeuge fliegen ja auf mich, dann bleibe ich jetzt mal stehen und bin dafür halt nur ein Kilometer weit sichtbar anstatt zweieinhalb oder vielleicht sogar noch weniger, wer weiß, was Wargaming da so an Ideen hat oder was Wargaming da so vorhat. Auch da, ja, großes Fragezeichen dahinter, weil das ist so, das, was ich mir dazu vorstellen kann, halte ich für, äh, ja, kompliziert. Auch wenn es im ersten Moment so ausschaut, als ob das, äh, ja, vielleicht gar nicht mal so unsinnvoll ist, um dem Flugzeugträger dann noch besser entgegenwirken zu können. Ähm, beides kombiniert mit diesem FuelSmoke Consumable ist, glaube ich, zu viel für die Balance. Das ist so mein, mein Gefühl. Auf der anderen Seite bin ich auch selber mal CV-Fahrer, also bin ich da vielleicht auch nicht ganz neutral. Schreibt mir gerne, was ihr von, äh, von diesen Verbrauchsmaterialien oder Mechaniken so haltet, ne? Also würde mich sowieso interessieren, solange es konstruktiv ist, ist das auch immer sehr gerne gesehen. Ähm, vielleicht sagt ihr auch, Andreas, das siehst du falsch, ja? Ähm, äh, äh, ihr erachtet das vielleicht als sehr, sehr gute Mechanik oder so. So, einfach her damit, äh, ich bin für sowas immer offen, äh, und, äh, ja, Kopf ist rund, damit man, damit das Denken seine Richtung ändern kann, sage ich manchmal. Ähm, das kann ja auch sein, dass ich da einfach auch vielleicht daneben liege. Ja, schauen wir einfach mal. Dann gibt es noch eine dritte Sache, ähm, und die dritte Sache ist eine Rauchgranaten-Consumable. Also, ähm, ähm, man kann dann möglicherweise ein Verbrauchsmaterial aktivieren und das sorgt dann dafür, dass eben der Rauch da entsteht, wo die Granaten einschlagen. Und zwar können die mit der Hauptbatterie erschossen werden. So, das ist, äh, das, was Wargaming dazu erzählt. Ähm, naja, das heißt, man könnte eventuell einen Support-Kreuzer haben oder einen Support-Zerstörer, der einen anderen Zerstörer der Energie ist, ordentlich unterstützt, indem er da mit Höchstgeschwindigkeit durch die Gegend cruist und nebenbei mit den Hauptgeschützen immer seinen eigenen, seinen verbündeten Zerstörer möglicherweise eindeckt. Weil ihr werdet ja, wenn es eine Hauptbatterie, wenn ihr mit der Hauptbatterie schießt, geht ihr so weit auf, wie ihr schießen könnt, ja. Und, äh, das heißt, ein anderer opfert quasi sein Concealment für die Tarnung des anderen DDs, ja. Als Beispiel jetzt, ähm, artig als sehr, sehr interessant, aber bestimmt anstrengend. Und, äh, also bestimmt anstrengend und vor allen Dingen muss es dann auch erstmal nachvollziehbar sein für einen Großteil unserer Spieler oder für einen Teil unserer Spieler zumindest. Das ist bestimmt nicht einsteigerfreundlich. Mag ich jetzt mal so sagen. Gerade auch diese ganzen Mechaniken mit dem stehenbleiben und das wird kleiner und so weiter. Und wo wir gerade bei Granaten sind, soll es dann sogar noch einen vierten Granaten, also eine andere Granatentyp sehen, nicht einen vierten, einen dritten Granatentyp, wenn man dazu sagen möchte. Und zwar Semi-Armor-Piercing-Shells, also sozusagen halbe, äh, äh, ja, panzerbrechende Granaten. Ganz wichtig, jetzt sind panzerbrechende Granaten, das heißt, sie können kein Feuer auslösen. Das, äh, schreibt Wargaming hier. Und, ähm, es ist dafür vorgesehen, dass, ähm, sie, sie sollen hohen Schaden machen können, aber sie brauchen nicht so tief penetrieren, also nicht so weit penetrieren, wie Standard-AP-Granaten. Standard-AP-Granaten funktionieren so, jetzt so ein Beispiel der Kremlin, ihr müsst 76 Millimeter an Panzerung, äh, durchschlagen, mindestens. Danach den 76 Millimeter, nachdem die Panzergranate, äh, so viel Millimeter durchschlagen hat, fängt der Countdown an zu ticken. Und zwar 0,033 Sekunden oder eben bei einer Conquerra von 0,015 Sekunden und danach detoniert diese AP-Granate. Das ist ja jetzt schon so, dass die AP-Granaten mehr Schaden machen als HE-Granaten, dafür ist es eben anstrengender, diesen Schaden auch wirklich ins Ziel zu bringen. Und, ähm, mit diesen Semi-Armor-Piercing-Shells könnte ich mir vorstellen, dass das eine ganze Ecke leichter wird, weil ihr viel weniger Panzerung durchschlagen müsst, um den Schaden da, äh, ja, zu platzieren. Auf der anderen Seite, für welche Schiffe könnte das denn interessant sein? Das ist eigentlich ja nur für Kreuzer, ähm, für Kreuzer interessant. Und eben für Schlachtschiffe. Diejenigen, die große Kaliber haben, also, äh, superschwere Kreuzer, 310 Millimeter und so weiter, ähm, oder eben 380, das sind ja nachher schon eher Schlachtschiff-Kanonen, wenn man jetzt mal von möglichen Street-Up sieht und so. Also, ähm, die ja bestimmte Millimeterzahlen penetrieren müssen, damit die AP-Granate durch, äh, hochgeht, rechtzeitig hochgeht, weil sonst macht ihr eben Overpens. Und, ähm, ja, wenn eben nicht genug Millimeterzahlen durchschlagen werden oder eben, ähm, die Granate zu schnell ist und am anderen Ende des Schiffes schon wieder ausgetreten ist, sozusagen. Ähm, das wird damit sicherlich einfacher werden. Ja, es wird schwer, äh, wird interessant, wie Wargaming diese Granate balancen wird. Ähm, wenn sie dann kommt, wie gesagt, das ist jetzt immer noch ein geschlossener Test. Ich, ja, bin, ja, irgendwie interessierter dran, an so einem Test mal teilzunehmen. Würde mir gerne, ich würde mir gerne ein eigenes Bild machen, das ist jetzt ja alles rein theoretisch, was wir hier besprechen. Vielleicht ändert Wargaming ja auch diese Mechaniken und diese Verbrauchsmaterialien alle nochmal. Ich möchte euch jetzt auffordern, schreibt mir gerne in die Kommentare unter diesem YouTube-Video oder auch gerne unter dem Artikel bei Facebook oder bei uns im Discord. Ja, die Links, die findet ihr alle unter dieser, in der Beschreibung. Ähm, ja, was ihr von dieser Idee haltet, ähm, diese Sachen ins Spiel zu integrieren oder zumindestens überhaupt von der Idee haltet, so allgemein. Ob das jetzt eine gute ist oder ob das eine schlechte ist, seht ihr da, äh, was Positive dran oder seht ihr das eher negativ, äh, habt ihr da, seid ihr da eher skeptisch. Das würde mich eben interessieren und, ja, in dem Sinne sage ich jetzt auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr hier beim Ausblick mal vorbeigeschaut habt. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein paar Horizonte zeigen, in welche Richtung das eventuell mit World of Warships gehen kann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo und empfehlt uns gerne weiter, ne. Wir machen weitere Videos und natürlich auch immer jede Menge Livestreams. Also, haut rein, äh, bis zum nächsten Video hier auf dem Seacroids-Kanal. Euer Andi, euer und euer Seacroids-Team. Ne, bis dann, ciao, ciao. Seacroids. 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 Untertitelung des ZDF, 2020